Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich bin Melan Orlowski und viel Spaß mit Tischtennis für Stoney. Viel Spaß mit den Videos von Stoney. Viel Spaß mit Tischtennis-Videos für Stoney. Viel Spaß mit Tischtennis-Videos für Stoney. Viel Spaß mit Tischtennis-Videos von Stoney. Viel Spaß mit Tischtennis-Videos für Stoney. Hallo, das ist Michael Appregan. Big greetings zu Stoney. Mein Name ist Indrik Panski. Ich möchte sagen, viel Spaß mit Tischtennis-Videos für Stoney. Herbert Neubauer grüßt Stoney und seine Freunde von der Wettbewerbschaft in Bremen. Ich wünsche Ihnen das Beckenkommen, die von Ausbildung in Bremen kommt der Ball zu demonstrieren. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Die Lernstanz und Stühle mit der Kanzlerin. Die Lernstanz und Stühle mit der Kanzlerin. Die Lernstanz und Stühle mit der Kanzlerin. Also, die Rückgang des Thomas Parade-Seite. Vielleicht ein Zitat aus dem Weltmeisterspiel, als er den ersten Satz beim Stand von 6 zu 6 entscheiden konnte. In dem er über die Rückgang ging er den Verführung des Ersten von 6 zu 6, 11 zu 6 gerade. In der zweiten Satz führte dann 9 zu 8. Und hatte ich auch zum 10 zu 8. Und dann war ein Ausstatt, der diesen zweiten Satz gelitten können. Die nur ein lakotisches Leben halten. Und es war doch wirklich sehr eng, weil die beide zum ersten Mal auf dem Land gekommen sind. Und auch wenn es Erster, wenn der gegen einen unbekannten Spieler spielt, hat es dann Männern, wenn er uns spielt, dann geht es der Gegner in der Welt. Vorhin sagt sie mir gerade, Rückgang des Thomas Parade-Seite. Aber von selber hat es nur gerade sein. Freund von Irland. Ja. Ich bin ein Nassau. Ja, ich bin ein Nassau. Ich bin ein Nassau. Ich habe jetzt ein Kieles-Kund-Türkungen, eine von Regenstuhr. Ja, wir gehen in der Schule wieder zusammen mit der Tisch-Türkungen. Jetzt kommen wir zur Resultat-Türkungen, wo wir in der Tisch stehen. Wir sind gleich. Danke. Als ich der Stöhne bin, bin ich schon. Anders als beim Fußball ist beim Tischtennis so, dass man durchaus noch mit 35 bis 40 absolute Weltlöse spielen kann. Torben ist 35, Jan-Humme Reimer hat es mit 40 hat gesagt, den Transformen der Weltlöse spielen kann. Die Mitte und die Vorhand. Sie heißt Falkenberg? Sie heißt Falkenberg. Sie heißt Falkenberg. Sie gibt in Schweden die Stadt, die Mädels sind gut. Ich habe die Jürgen am Dienstag fünf Minuten im Mantel zum Fuß gekauft. Ja, das stimmt. Der Schlussspieler der zweiten Minute. Ist er vielleicht höher? Ja. Ich werde hier ein Schießens auf der anderen Seite überspielen. Ja, ich habe schon zwei. Sollte? Wie sehen Sie ihn aus? Montag 13, Torben, am Dienstag 13. Gut, also die Wochenfinanz ist 1, Torben, 1, Torben und die Intermeisterschaft in der Vorschriften. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.